Hallo, ich bin die Schwester von Joy Fleming, die Dagmar. Ich freue mich sehr für meinen Neffe, Bernd Peter, für Bruno und für Danny. Die drei Männer machen das großartig, super und klasse. Ich freue mich, dass das eine schöne Erinnerung weiterhin ist für meine Schwester. Hallo, ich bin die Claudia, die Nichte von Joy Fleming. Wir freuen uns sehr auf den 27.09. auf das Hommage-Konzert in Saarlouis mit Ingrid Peters, mit Maria Mastrantonio, mit Corinna May und der Obenal Joy Fleming Band. Ich bin Ilana Otto, ich bin die Großnichte von Joy Fleming und die Kandidaten für den Joy Fleming Preis haben mir sehr gut gefallen. Ich wünsche ihnen viel Glück auf ihrem Weg und drückt ihnen die Daumen. Ich wünsche dir etwas Mut und stimme mit ein und ist dein Herz bereit. Denn komm über diese Brücke her aus deiner Einsamkeit.